Jo Leute, was geht ab? Neues Rezmann Video! Rezmann, Red Dead Redemption, zwei sehr ähnliche Worte, zwei sehr ähnliche Sachen. Leider habe ich es viel zu spät entdeckt, aber besser spät als nie. Hier kommt eine kleine Compilation der ersten Spielstunden. Wir haben es on-stream ein bisschen angeknabbert, ein bisschen angekratzt, die Story. Ich bin sehr, sehr hooked. Wenn ihr also nicht verpassen wollt, wie wir in der Story weiterzocken, Beschreibung, Link klicken, beim nächsten Stream dabei sein, Freunde. Ansonsten dieses Video einfach nur genießen. Nehmt so einen Strohhalm in den Mund, so einen Mundwinkel, setzt euren Cowboy-Hut auf, lasst einen Daumen da, lasst eine Glocke da, lasst einen Kommi da. Hashtag der Woche ist Cowboy und Indianer, aber dieses Mal politisch korrekt, Teil 2. Das ist der Hashtag der Woche. Freunde, ich quatsch nicht lang rum. Wir gehen ins Video rein. Ich küsse eure Herzen. Danke fürs Zuschauen. Ich komme hier meine Gang-Pull-Up. Mille Boys. Bruder, mach deine Laterne aus davon, du. Er sagt so, ey, let's stash the Lanterns und er hat einfach noch Lantern an. Ja, also mein Pferd ist eine absolute Dance-Maus. Bro, bro. Hallo? Wieso geht der nicht gerade aus? Ah, okay. Jesus. Boah, weil ich durch diesen Schnee durchwarten da, Alter. Okay, ich mach, ich mach, Bruder. Chill dein Leben. Ich wusste es! Ich wusste es, dass einer drin ist! F drücken, F drücken. Warum F? Was ist F für eine komische Taste? Oh, 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 oh. Bastard. Should I kill him? No. Bergbaulager, Südwesti von hier. Ruhig, raus mit der Info! Raus mit der Info! Also, wir können ihn erwürgen, wir können ihn verschonen, wir können ihn nochmal schlagen. Was wollen wir machen, Chad? Sind wir ein netter Cowboy oder sind wir ein Cowboy, der no shit taket? Keiner ist mir verschonen, Alter. Uff, ist er verschonen. Also, ich würde sagen, wir fangen mal so an, wir fangen mal so an. Vielleicht ist es ja noch, ich glaube, das Spiel hat Auswirkungen, ob wir nett sind oder nicht. Wisst ihr, wir sind mal noch nett, aber wir schlagen ihn nochmal. Wir sagen so, leg dich nicht mit uns an, Bruder. Leg dich nicht mit unserer Gang an. So, okay, und jetzt lassen wir ihn in Ruhe. Aber, wenn wir ihn nochmal sehen und er macht wieder Scheiße, er baut wieder Scheiße, dann wird's ernst. Dann wird er nicht verschont. Guck mal, so wir sind böse Buben. Böse Buben, aber eigentlich sind wir auch schon nett. Das läuft ja selber. Boah, das sieht jetzt krass aus. Scheiße, Digga. Shotgun, Shotgun-Alarm. Hallo. Bummst du unsere Pferde? Nee, oder? Haltet die Wölfe fern. Wo sind die denn jetzt? Ah, hier. Bro, warum zielst du nicht? Warum zielst du nicht? Fuck. Bro, das Aiming ist so ppiger. Holy shit. Das Aiming ist so bescheuert. Jetzt macht er mit Rechtsklick der... Okay, egal, wir haben sie, wir haben es geschafft. Egal. Kommt noch mehr Wölfe? Nee. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, mein Kleiner. Bro, das Aiming ist so beschissen. Komm, komm, komm. Runter. Hors, 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 Mann. Jesus. Seht ihr noch mehr, Arthur? Nein, ich sehe keine. Wir gehen jetzt nach Hause. Keine Wölfe mehr hier. Lassen Maidens brauchen Sägen. Nicht heute. Oh, Dutch hat ein Fernglas. Oh, wir auch, okay. Oh, guck mal da, Digga. Memo. Wenn er so schnell läuft mit dem Gewehr. Wie so eine Hausfrau. Oh, guck mal, wie wir uns anschleichen hier. Aber auch sehr geil, diese alte Minen. Diese alte Minen-Dings hier, ne? Oh, shit. Bro, ich hab seinen Kopf. Hä, der schaut mich halt direkt an. Warum sagt er denn nichts? Hä, der schaut mich direkt an. Ach, das ist ja hier. Triss ist unser Mate. Ähm, Bruder. Okay, wir taken jetzt die beiden aus hier direkt mal. Geht, den hat's erwischt. Wo ist noch einer? Oh, hier, okay. Wir gehen hier. Oh, mein Gott. Dieses Aiming. Bruder, Deckung, Deckung. Geh doch in Deckung. Nein, Jungs. Ihr steht hier völlig falsch. Ah, das ist mein Kollege, der meint. Wo ist jemand? Hier. Den haben wir. Oder, lebt der noch? Der lebt noch? Bro, das Aiming. Das ist unnormal. Jetzt, okay. Äh, wann war das? So, der da hinten. Wir haben noch zwei da oben. Den holen wir uns jetzt. Okay, den haben wir auch. Oh, shit. Oh, shit, es gibt so Killcams, Läger. Okay, wo ist noch einer? Wo ist noch welche Info? Hier, hinten. Wo noch? Oh, da oben. Oh, der Schuss runter. Oh, hier. Die Bastarde in der Hütte. Ist hier noch einer drin? Oh, shit. Der ist weg. Info. Wo? Ich sehe es nicht. Hier? Ah, da hinten versteckt sich irgendwo einer. Okay. Wir pushen mal weiter vor. Ah, hier. Oh, okay. Are you dead, man? Oh, what? Ähm. Oh, shit. Okay. Hier war gerade einer. Wo ist er hin? Where are you, little bitch? Da unten sind die. Okay, na, manch. Aber Flecken. Den haben wir. Den haben wir auch. Juhu. Ähm. Wir rücken vor. Wir rücken vor. Immer angreifen, Digger. Jawohl. So sieht es aus. Wo ist einer? Zeig mir. Ich sehe nichts. Clear these bitches out. Bro, das also wirklich Aiming ist ganz krasse Katastrophe. Bist du ein Feind oder bist du ein Freund? Was war das für ein Kampf, Digger? Ey, Leute, ihr macht nicht mit gut Aiming. Das ist wirklich komplett bescheuert. Drücke beim Nachladen bis, um Dead Eye zu aktivieren. Oh, shit. Lol, was ist denn das? Bro. Wie viele Shots takt der aus seinem Kopf? Haben wir alle, oder? Ja. Puh. Erstmal ein paar Leichen plündern hier. So sieht das aus, nämlich. Wir haben den einen Original den Hut vom Kopf geschossen. Also überall, wo ein X ist, ist es eine Leiche. Wir plündern alle. Alle, nehmen wir mit. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.